Was passiert... ...tasen und eine Nacht... ...sation gemacht. So... Also ich brauch... Ich hab mir jetzt ne Einkaufsliste und zwar schreib ich da jetzt erstmal drauf Schraubenschlüssel... Leute liegt ja hier außerhalb der Hütte! Oh Gottseidank! 20 Euro gespart. Sehr gut. Endcut ist... Ich fäll noch ein paar Bäume. Ähm...ja macht eigentlich Sinn, ne? Ja, aber das müssen wir sowieso machen. Ja. Na gut, dann mach ich das auch. So kann man sich die Felgen finanzieren. Na sicher. Bisschen die Natur zerstören im Spiel, dann kann man sich auch zu Teile kaufen. Wie sieht das eigentlich aus... ...mit... ...mit dem Anhänger? Der wär vielleicht höher zu praktisch. 2000 sonst was, glaub ich. Oh ja, der war teuer, ne? Hm... Wir müssen teures Holz verkaufen. Wie viele Stämme wollte der... 48 wollte der haben, ne? 48... Warte, wohin denn? In so'n Symbol. Da ist so'n Symbol aufgetaucht neben der Treppe. Ähm 48, wie viel kriegt man pro Baum? 6 oder 7, ne? Was? Warum ist das bei mir nicht? Ja, weil du noch nicht 25 hast. Ja. Doch, wir haben schon 25. So. Welchen Typ braucht der, Jonas? Braucht der einen bestimmten Typ? Ich glaub, der hat nur von Holz gesprochen. Warte, ich hab's doch abfotografiert. Ja, bitte. Hab ich dir geschickt. Ich weiß aber nicht, ob der geschnitten meint oder nicht. Wisst ihr, was wir noch brauchen im Spiel? Ne Kamera. Vor Firewoods. Vor Firewoods. Ja, dann sind das die Kleinen. 48 von diesem Kleingehackten. Und dann baut der unsere Garage. Wird sich ja eigentlich erstmal gar nicht so schlecht an, ne? Die Frage ist nur wo. Ja, kommt ja noch. Also das taucht, das taucht auf, wenn du 25 hast. Du wirst 25 haben. Wir müssen noch zwei Tage warten. Ja, ist gut. Aber wir müssen da drauf achten. Ähm. In der Zeit können wir trotzdem noch die bei der Tankstelle da unterhalten. Ja. Vier Prozent gar. Vier Prozent hab ich noch in meinem Spritkanister. Was mach ich denn da jetzt? Ich glaub, ich fülle mein Quater da drauf. Irgendwas einfach auffüllen, genau. Weil, also der Häcksler ist voll und hier der, äh, der andere Scheiß ist auch voll. Läuft, das Quad ist einfach fast voll, ne? Dieses Kack-Ding. Verbraucht gar nichts. Pickup ist bei mir auch immer noch voll. Pickup ist bei mir auch wieder voll. Dreier ist auch voll, also bei mir ist eigentlich alles gut. Ich bin ehrlich, die verbrauchen schon viel auf, äh, die paar Kilometer. Hey, bei mir hat das noch gar nichts verbraucht. Wir geben ja aber auch immer Vollgas, ne? Musst du auch sagen. Ja, ich doch auch. Ich versteh das. Sag mal noch anderes mit der Tastatur. Jungs, ich brauch noch jemand ein Dreier-Lenkrat, ein Serienmäßiges. Das ist irgendwie langweilig. Ich hab ein anderes schon drinnen. Was ist das? Jo, du hast auch einen Sport-Lenkrat, hast du das gegönnt oder was? Ja, klar. Hey. Natürlich, normal. Ich hab das Bus leger, das war nämlich gratis. Ja, das lag da hinten rum, du hast einfach geklaut. Ja, Jungs, ihr habt eures in den Busch geworfen. Ich hab nicht, weiß ich mehr, wo es hin ist. Ich hab keine Ahnung. Ich hab einfach vergessen. Ich mach jetzt die Bäume, ich mach jetzt die Bäume schon mal klein. Leg die da rein. Ja, ich hab schon klein gemacht und sammle die gerade voll im Spalter. Nice. Alter, ich seh nix, ich muss jetzt mit Taschenlampe arbeiten. Kann ja wohl nicht wahr sein. Mach ich auch schon. Ah. Ja. Normal. Ich weiß nicht mehr, wo die Bäume lagen. Scheiße. Warte auch jetzt. Pinetrunk. Ich find's auch gut, wie die Holzstücke einfach, wenn du die in den Spalter machst, einfach klein werden. Ja, genau. Ja, 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 ja. Winsig werden. Die Kettensäge lass ich jetzt auch erstmal hier liegen. Ich hab die der Reformer nehmen. Nicole hat jetzt hier den Berg runter, oder was? Oh mein Gott, ich hab so viel Holz, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Gucken, wie viel ich dafür bekomme. Aber wir müssen schon bei der gleichen Anzahl von Bäumen bleiben, oder? Ja, das ist 3 gefällt. Ich hab 2 gefällt und es hört nicht auf. Ich hab auch jetzt grad 2 gefällt. Und dann steht ein Telefon. Oh. Mich steht ein Telefon. Ok. Ja, aber manchmal verdrück ich mich auch und drück auf V, ne? Und dann spuckt er hier rum, Alter. Oh, da ist grad ein Stück Holz weggeflogen und ist einfach komplett weg. Es kommt nicht wieder. Was? Es ist nach oben weggeflogen und ist weg. Wahrscheinlich liegt das auf der Straße oder so. Von Aliens entführt. Aliens. Aliens. Ich muss sagen, das Spiel hat gar nicht so viele Bugs. Überhaupt keine. Also ich find, das geht sogar dafür, dass du hier jedes einzelne Objekt auf der Karte gefühlt anfassen kannst und irgendwo anders hinlegen kannst. Kannst ja nicht mal in GTA 5. Mhm. Da despaunt die ganze Scheiße ja nur. Richtig. In GTA 5 kannst du in deinem Apartment nicht mal irgendwie eine Tür aufmachen oder so. Da machst du die auf, indem du dagegen rennst. Alles animiert. Du kannst ein Glas, du musst ein Glas, du musst die Tasse drücken und dann läuft eine Animation. Schwule. Und hier, wenn du auch die Animation mit den Dosen an den Getränkeautomaten, wenn du so und so viele, die verschwinden ja nach einer gewissen Zeit. Die bleiben, du kannst ja nicht quasi den ganzen Raum mit Dosen füllen. Du kannst auch nicht unendlich Autos auf eine Stelle stellen. Ja. Die spawnen ja auch. Und hier kannst du bestimmt unendlich Maple-Sirup kaufen. Ich sag mal so, GTA ist aber auch ein bisschen anspruchsvoller von der Grafik. Ist egal. Ich sag mal so, wie lange dauert das denn eigentlich, wenn man einfach nur im Hauptbildschirm bei Mon Basu bleibt? Die ganzen Schrauben, meinst du? Ja, genau. Muss man einfach mal eine Nacht durchlaufen lassen. Der ganze Bildschirm voll. Das Auto weg. Genau. Dann muss der ja komplett mit Schrauben übersät sein. Kann sein, ja. Ach ja. Oh mein Gott, ich hab so viel Holz, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hab nur zwei Bäume gefällt. Ich auch. Aber es ist so viel Holz. Eine Menge Holz. Gucken wie viel Geld ich dafür bekomme. Alter, die Energie, ne. Nein, 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 nein. Du sollst, du sollst das doch jetzt nicht verkaufen. Ich dachte wir sparen das jetzt. Wir müssen schla... Wir müssen schlafen gehen. Jetzt ist ja eh... Also ich muss schlafen gehen nicht. Jetzt ist ja eh... Nacht, ne. Das macht eigentlich Sinn. Ja. Ja. Also einfach nur schlafen gehen. Direkt ins Haus und schlafen gehen. Ja, würd ich auch sagen. Drei, zwei, eins. Jo. Du bist bereit, ja, ne? Ja, ja, ich lauf grad hin. Okay. Schlaf hin. Ist um... 6.35... 7.30? Ey, ey. Er hat einmal durchgeschlafen. Habt ihr auch 7.30? Ja, ne? Ne, 6.55. Und mir hat er jetzt auch durchgeschlafen. Ey, ich hab ein Problem. 7.40. Ich bin mit Kettensäge pennen gegangen. Wo ist die? Oh, die liegt in der Schuppen. Oh, die liegt im Schuppen, Alter. Guck mal. Alter. Einfach... Mein bester Freund, die... Kettensäge... Mit ins Bett. Richtig Holzfäller-Move. Junge, 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 Junge. Ich hab gerade... Die Sache ist halt, wir sind Holzfäller. Wir haben Holzfäller hinten an, wir haben Pickup, wo wir Holz einladen. Normal. Wir haben eine Kettensäge. Ja, Matthias, dann kannst du ja jetzt schon wieder zu dem Typen hinfahren. Ja, richtig. Würde ich auch sagen. Wenn du über 24 bist. Und dann morgen... zur 25. Ja. Ja. Ja, ich sammle nur das ganze Holz ein, und dann fahre ich da hin, und dann... hab ich das... gleich mit weg. Ich dachte, wir sparen das jetzt für die 48, die der braucht. Mach ich auch. Na, es dauert ja eh noch, deswegen. Okay, wie du meinst. Wir können ja 48 abgeben und den Rest verkaufen wir einfach. Und in der Zeit, wo wir jetzt warten müssen, bis die Zeit umgeht am Tag, roten wir einfach den ganzen Wald um uns drum herum. Ja, wir ja. Kann man machen. Und wir können ja eh irgendwann wieder Bäume sehen, von daher. Ja. Ich mach die einfach so in einer Reihe neben meinem Haus. Ja, ich auch. Mach die so nah wie möglich hier hin. Ja, der Pickup ist... Ja, wie tief ist der Pickup geworden? Der Pickup ist richtig tief gelegt. Jo, stimmt. Wenn du da richtig die ganzen Krams drauflegst und so. Ja, aber bei mir ist er jetzt schon in den Knien. Echt? Ja. Okay. Ich glaub mein Spalter explodiert gleich. Überlastet. Jungs, sollen wir eigentlich einmal speichern jetzt? Ordentlich. Sollen wir das machen, ja. Sollen wir es jetzt machen? Eigentlich muss ich nicht unbedingt. Ja, aber... Falls irgendwas passiert. So. Bei dem anderen oder so. Das Spiel absteht oder was weiß ich. Bitte mal rein. Schützt es ab. Art, ich mach grad das Holz noch hier rein und dann ist gut. Also ich würde jetzt einmal speichern wollen. Ja. Ja. Okay. Ich muss ja alle drei jetzt zusammen machen. Okay. Ich setz mich schon mal hin. Ja, das dauert eben. Ach, ich muss mein Ding anmachen. Ja, ich auch grad. Kackteil, Alter. Weil ich find speichern ist immer wichtig, weil sonst ist der ganze Fortschritt weg. Das wär ein bisschen mies. Ja. So. Chill, der Computer ist still booting. Ja, muss halt warten, ne? Dass man so speichern muss in diesem Scheißspiel, ne? Das ist wirklich der absolute Hammer. Ja. Wie lange warten muss, damit man speichern kann. Das ist so cool, Alter. Wirklich, das ist cool. Stell dir vor, deine Mutter sagt, Corinne, Essen komm. So, ich speicher jetzt. Mama, ich muss doch speichern. Wahnsinn, Störgeräusche einfach. Ja. Safe. Und dann kommt so Minecraft-Bilder im Hintergrund oder was es ist. Ja. Oh, ich hab nix mehr zu essen. Safe. Perfekt. Dann geh ich mal in die Stadt. Wir müssen uns aber beeilen, ne? Mein Pickup ist übel schief, Alter. Also ich hab mehr als genug Essen. Matthias muss anscheinend was essen. Ja, wir fahren gleich in die Stadt. Wir müssen uns aber beeilen, ne? Wir haben schon zwölf Uhr. Ja, also so viel Zeit muss sein. Zeig ich zu meinen Kunden auch immer. Ja. Setz dich ruhig hin. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit habe ich schon aufgebraucht, ne? Für meinen Dreier. Schade. Der Wagen hat fast gar keinen Rost mehr. Nur noch die Heckklappe und die Seitenschweller so ein bisschen. Und die Radläufe. Frag sich warum so wenig Geld hast. Hahaha. Ich hab die Motorhaube und die Tür entrostet. Ich hab mein Pickup komplett entrostet. Echt? Ja. Alter, der Pickup ist so tief. Ich weiß gar nicht, ob der noch fährt. Aber mit dem gespalteten Zeug, oder was, ne? Ja, ja. Dieses Spiel, Jungs. Ist die absolute Krache. Immer noch. Ich feier das immer noch. Man macht zwar immer dieselben Sachen, aber... Ich glaube ich bin die ganze Zeit mit Allrad gefahren. Ja, ich immer. Viel sicherer auf der Straße. Ist das so? Merkt man das? Ja, das merkt man. Okay. Hey, dieser Typ, Alter. Ich glaube ich muss mir die Feuerwehrsohn jetzt auch kaufen, um den zu unterstützen. Der ist cool. Ja. Ich finde das auch geil. Ich habe das nur deswegen gekauft. Ah. Und wegen Updates ist es auch einfacher dann, ne? Ja, denke ich auch. Und wenn es einfach in der Steam-Bibliothek ist, ist es noch besser. Weil da liest man wenigstens die ganzen Sachen sofort. Und hat das nicht, äh... Dieser Kack-Version hier. Hier müssten wir das nur dann irgendwann sagen, wenn ich das dann gekauft habe, nächsten Monat. Wie das dann, äh, aussieht mit dem Spielstand. Du musst einfach nur das Spiel starten, mehr nicht. Achso. Du musst gar nichts machen. Jetzt runter und startest. Krass. Warum, hä? Versteh das nicht. Ich glaube in den Dokumenten ist das gespeichert, deswegen... Okay. Aber man hat das Spiel doch nur entpackt. Man hat es doch nicht mal installiert. Stimmt, ja. Ist richtig. Hat er recht. Da hat deswegen... Oh, ich dachte, hat er recht. Versteh ich nicht. Wie viele Bäume habt ihr jetzt gemacht? Ich hab jetzt nur zwei. Drei. Okay. Oh, aus meinem Pickup fällt alles raus. Der ist zu voll. Schnell. Wir fahr doch mal zu dem Typen da jetzt hin. Will ja hin, aber... Ich leg jetzt einfach ein bisschen Holz vorne rein. Mach das. Kein Problem. Ist eh ein Arbeitswagen. Genau. Scheiß egal. Arbeitshure. Kürbenschlampe. Ja. Bei uns ist das einfach der T6. Geil. Ja, der T6 fährt sich übel scheiße von der Kupplung her. Echt? Ja. Ich hab bei mir einen Arbeitskollegen, der hat aufgehört bei uns zu arbeiten, weil der beim THP ist. jetzt ist seit etwas... Na, seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr oder so. Er fragt ständig nach, wie es mir geht. Das ist richtig komisch. Ich hab kaum Leute, die das machen. Richtig komisch. Wie geht's dir? Da warst du also so anders so. Na? Ja, das ist aber was anderes. Weißt du, so Leute in deinem Leben, mit denen du eigentlich nichts mehr zu tun hast, mit denen du dich aber gut verstanden hast, sag ich mal. Und ihr aus, sag ich mal, jetzt wie aus dem Grunde, euch halt nicht mehr seht, weil ihr halt nicht mehr an der gleichen Stelle arbeitet. Mhm. Aber trotzdem, dass jemand dich fragt, ob alles in Ordnung ist und so. Ich find das gut irgendwie, weil... Vielleicht muss man auch einen Kaffee mal zu dem hinkommen. Ja. Der wohnt nur ein paar Straßen weiter von mir, ne? Lol. Ich hab jetzt auch drei Bäume. Matthias, du siehst... Ich bin mal mit ihm zusammengearbeitet, ist die Geselle gewesen. Ich bin auf dem Weg. Okay. Ich, äh... Ihr könnt ja mal das Bild angucken, wie tief der Pickup jetzt ist. Ja. Hat schon was. Ich hab doch auch jetzt schon drei Stämme da drauf verteilt. So langsam. Bei mir auch, Alter. Das Ding ist ja randvoll. Aber das hatte ich ja vorhin schon, als ich die erste Fuhre gemacht hab. Da war da meine auch schon drauf. Da vorne auch noch was drinnen. Boah, die wollten sie, ne? Ich kann jetzt noch ein Netz drüberwerfen oder so, dass der ganze Kram nicht wegfliegt. Dann könnte man den noch mehr beladen. Denk ich auch mal. Das wär ganz geil. Oder mein Bremseimer stark, dass sich das alles so ein bisschen verrutscht. So war es bei mir vorhin nämlich. Hm. So, wieviel krieg ich jetzt? Alter. Ich hab 468 Dollar bekommen. Nice. Und ich hab immer noch Holz hinten drauf. Also konntest du auch nicht alles abgeben wahrscheinlich, ne? Ne, ich leg das daneben. Stimmt. Das kann man ja daneben legen. Das ist auch ne gute Idee. Ja. Schaut's aus. Oder einfach in dem Kreis liegen lassen. Hast du jetzt mit dem Typen schon gesprochen? Nein, wir müssen ja den anderen Kreis nehmen. Wir wollen ja den anderen Kreis haben. Warte. Ich red's sofort mit ihm. Schade, dass man das nicht so werfen kann bei der Engine, ne? So, dass man einfach wegschmeißen. Ja. So, ich rede jetzt mit ihm. Alles klar. Jetzt hab ich... 24 vor 50. Düse, düse... Ah, ist das gut. So, wo jetzt hin? Start. 14 Uhr wird knapp, aber schaffen wir noch. Hey, locker. Soll ich mal... Sollen wir mal den Dreier nehmen, oder? Den lauten Dreier. Ja, komm. Nehmen wir mal. Ich hab das alles... Also, ich hab das alles abgebaut, ne? Das ist nichts fun. Okay, ja gut. Also, ich kann das jetzt hier nicht machen wegen dem Video. Weil das ist sonst alles ein bisschen zu laut. Boah, bei dem Pickup den Dings abmachen. Jo. Jo. Ich hab jetzt beim Pickup gerade mal diesen Spalter angekuppelt an der Anhängerkupplung. Irgendwie ist das Spiel schon gruselig, dass man so alleine ist, ne? Ja, irgendwie ja. Irgendwie schon. Aber du hast ja die Leute, die da immer spawnen. Das ist ja dann gar nicht mehr so. Ja, aber die sind auch gruselig. Okay, Jungs, ich nehm den Dreier in die Stadt. Die haben nicht mal Gesichter. Ist egal, ich nehm den Dreier in die Stadt. Drei in die Stadt. Los. Warte. Ich hab meinen Schraubenschlüssel noch im Dreier drinne gehabt. Der lag da einfach so drin. Ich hab meinen zum Glück wiedergefunden. Viel mehr Spaß als irgendwas. Lustig mehr, wenn ab und zu mal alles kaputt geht, der in den Autos und dann musstest du es einfach reparieren. Hoppla. Ätzend, ich bin so ätzend. Die Übersetzung von den BMW ist halt übel scheiße. Kannst du den aufs Scheiter umbauen bald? Ja. Und wann fahren wir jetzt? Ich fahr schon. Jonas? Ich fahr jetzt gleich los. Mach ja gerade noch das Holz auf den Truck drauf. Ich fahr jetzt mit dem Dreier los. Scheiß Automatik, Alter. Wirklich, ne? Warum zieht denn der so nach links? Hab ich schon wieder irgendwie vergessen. Oh, oh. Ich weiß warum. Die Schrauben sind nicht fest. Nimm der wohl doch nicht den Dreier, wa? Ich hab doch den Sto... Ach ne, ich hab den Stoß verstellt. Stimmt. Da kannst du auf Null stellen einfach. Ja, ich fahr jetzt trotzdem so. Geht schon. Hab ich halt ein bisschen... Man lenkt halt ein bisschen nach links. Geht schon. Bin ich froh, dass ich da nicht dran rumgedockt hab. Ich hab's ja auch unbewusst gemacht. Ich hole jetzt noch mal Putin. Weil Putin kann man immer holen. Auf jeder Einkaufsfahrt. Ja, eigentlich ja. Feuer ist ja auch nicht. Krams. Ne. Ah, zieh. French Slour. Ich hab gerade irgendein Schild umgefahren. Hat der mit mir gesprochen. So. Wo ist der? Oh, heute ist... Kann man billig tanken, Jungs. Du hast dich schon günstig genug. Hm. Jetzt kann man noch günstiger tanken. Naja, mein Auto ist voll. Was ist eigentlich mit diesem Spasti, der hier auf der Veranda sitzt? Wo ist der einfach mal? Wenn du ohne Auspuff an dem vorbei fährst, dann verlierst du die Sympathie-Punkte bei dem. Was? Ja. Hast du verloren? Nö. Aber das ist so. Das hab ich mir nachgelesen. Wie cool ist das? Oder es soll auf jeden Fall kommen. Glaube ich. Was? Ja. Sympathie-Punkte. Geil. Also ich kaufe jetzt wieder vier Putins, weil das ist wichtig. Essen ist wichtig. Gerade diese Putins sind seltener als dieses Scheiß-Sirup, Alter. Mach ich mal mein Kofferraum voll damit. Ich verliere den Verstand. Wo kann man sich nicht ne Fundstoßstange kaufen, Jungs? Gute Frage. Ich hab's ja noch nicht gesehen. Ich hätte mich gerne ne Fundstoßstange... Oder! Ah, lol! Stand nicht auf dem Schrottplatz auch noch ein Dreier rum? Ja, stimmt. Stell' vor, man muss die da abmachen. Ja, das kann natürlich sein. Das wär ja wild. Was zwei in eins machen muss. Mhm. Wie gesagt, einfach den Zaun aufknüppeln. Das... Meinst du, geht das mit dieser Schere da, die wir gekauft haben? So, ich geh jetzt mal in den Laden hier. Und rede mit den Leuten. Kaufen wir noch ein... Anti-Rosting da. Anti-Motorhaube. Ich tank meinen Dreier nochmal voll. Obwohl der voll ist. Meiner ist voll. Meiner ist auch voll. Aber heute ist Tank Thursday, deswegen... Kann man ein bisschen Geld sparen. So. Kann ich mal was für ein Fahrwerk kaufen? Nein! Vielleicht hört der BMW sich ja auch cooler an, wenn man ein anderes Rohr dran macht. Kann ich auch sein. Einmal V8. Was Vierzylinder V8 machen, einfach zwei aneinander bauen. Ja. Aber auch im bestimmten Winkel natürlich, ne? Richtig. 90 Grad, 68. Oh, einen Domstreber kaufen. Wie kannst du dir einen holen denn? Domstreber? Wurde ich mir nochmal Sirup? Ja, warum nicht? Warum? Essen und Trinken ist wichtig. Ja. Was anderes bleibt ja auch nicht übrig. Ja, hast du... Du brauchst doch auch Essen, oder? Ha? Ja, ich hab... Hast du gekauft? Ja, ich hab schon was gekauft. Okay. Der Shop hat gar nicht mehr so lange offen. Jonas, ich weiß ja nicht, was du da wieder machst, ne? Ich fahre... Da auch da rum. Hast du... Hast du... Bist fertig mit deinem Holz? Ja. Schon lange. Weil der scheiß Shop schießt ja gleich wieder. Trinken habe ich noch genug, ich brauche nur... Essen habe ich jetzt aber auch wieder... Ich lass auch einfach den Wagen die ganze Zeit laufen. Ja, ich auch. Ich hab den zum Tanken ausgemacht, aber... Also er hört sich nämlich irgendwie cool an, deswegen... Wenn er so draußen steht und man einfach... Laufen ist. Ja. Nehmen wir auch wieder ein bisschen Putin mit... Und passt das schon. Ja, Putin sollte man eigentlich immer mitnehmen, wenn man in der Stadt ist. Aber es ist halt irgendwie komisch, dass man sich nur so wenig Sachen kaufen kann, ne? Bestimmt alles noch. Ich muss noch mit den Spacken hier reden, ne? Ja. Why won't you put regular gas in your vehicles? What's... Is up with you... And the Speedway? Nein! Ich bin so dumm, ich hab schon wieder das Sportlenkrad gekauft. Boah... Was? Das oberste? Oder was? Ja, ich hab's einfach draufgeklickt. Ne, das... Unterste. Ich wollt's aber nicht haben. Naja. Ich baue das in den Truck ein. Geht das überhaupt? Ne, leider nicht. Ne, das geht wahrscheinlich nicht. Die Domstrebe ist geil. Ja. Ich glaub ich kauf mir die. Jetzt? Joa, warum nicht? Aber wir machen... Haben wir denn das ganze Geld? Also das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich hol mir noch ein Raspberry Pack jetzt. Das hab ich schon. Ja, das muss man ja jedes Mal kaufen. Ach, man kann hinten und vorne ne Strebe reinmachen. Man muss jetzt auch schnell was kaufen, ey. Machen wir mal nen Radlauf hinten. Schnell. Ich will auch was rostmäßiges hier. Rust Repair, Scheiße hier. Oh, fast das Unterbodenbeleuchtungskit gekauft. Boah Junge, geil. Mein Rost ist fast weg beim Dreier. Ey, da können wir ja mehrere kaufen. Schnell nach draußen legen. Rausgehen. Ich hätte die Domstrebe mitnehmen sollen. Äh, den, den... Oh, der Dreier ist ja fast entrostet. Ich hol mir noch nen Rust Repair Kit. Ich hab jetzt, äh, zwei Kits gekauft. Ich hol mir noch eins. Was ist denn noch? Ich hab noch 10... Ich hätte Rust jetzt den Dreier. Den Dreier, Junge. Den Dreier. Den Dreier. Den Dreier. Ich will meinen unbedingt gelb. Ich fang an meinen gelb zu machen. Oh, gelb ist auch nice. Gelb, ich will unbedingt gelb haben. Ich mach meinen rot. Oh Gott. Können wir uns... Oh, noch einmal kurz mit dem Typen quatschen. Und mit dem anderen Typen auch quatschen. Sehr gut. Oh. Wie viele Dosen brauchen wir, um ein ganzes Auto zu füllen? Alle. Was? Neul, man kann den Silber machen. Oder was ist clear? Oder ist das unsichtbar? Das unsichtbare Bootmobil. Das unsichtbare Bootmobil. Ich will, dass das Dach nicht mehr rostig ist. Oh, ist das nicht mehr rostig. Jo, bei mir ist mein Wagen nicht mehr rostig. Also das ist so cool, ne? Alter. Einer auch nicht mehr. Doch, der Kotflügel und die Stusch und das Nierenblech vorne. Das hab ich bei mir schon, äh... Äh... Ich hab noch 10 Minuten Zeit. Hallo, was muss ich machen? Ja, besprochen habe ich schon. Okay, ähm... Hol ich mir eine Dumpfstrebe? Ich hab eine geholt. Ja, ich hol jetzt erstmal keine. Das ist erstmal nicht wichtig. Äh, warum wird der Kofferraum nicht? Jungs, ich hol mir einen anderen Endfort. Gelb. Der Kofferraum wird irgendwie nicht farbig, ne? Ich hol mir doch keinen anderen Endfort. Ich hab zu wenig Zeit, um mich zu überlegen. Was will ich dafür abbauen? Ne. Was für ein Ding? Ich glaube, du musst das Dach gleichzeitig machen. Was ist los, Jonas? Der Kofferraum wird nicht gelb bei mir. Warum hat meine Tür eine andere Farbe als der Rest? Weil die noch nicht entrostet ist, oder? Kann sein. Äh... Also bei mir ist nur noch der Kotvögel vorne rechts rostig und äh... Bei den Nieren. Und vorne links. Ich sprue einfach über den Rost rüber. Also mein Auto ist dunkelblau übrigens. Auch geil. Ich will unbedingt gelb haben. Jungs, schick mal... Meiner ist gleich komplett gelb. Meiner ist komplett blau. Das hast du doch auf dem Bild schon gesehen, ne? Ne. Habe ich dir doch auch einmal geschickt. Oh, die Spiegel kann man auch färben. Natürlich. Nein, meine Dose ist leer. Meine auch. Mein Spiegel ist jetzt rot. Weil das sich mit gelb und schwarz gemischt hat. So, ich schick euch jetzt nochmal ein Bild von meinem Auto, wie das im Moment aussieht. Lass dir die Dose einfach im Laden liegen, um selber zu sehen. Hier. Pfand. Fertig. So sieht mein Auto im Moment aus. Aus wie geleckt, die Kiste. Aber dieser... Die Stoßstange vorne, man. Die fuckt mich auch übel ab. Meiner ist halt jetzt rot. Rot-Weiß. Geil. Aber rot sieht doch geil aus, Alter. Rot sieht richtig geil aus. Ich find's blau aber auch nicht schlecht. Ich find aber gelb auch geil bestimmt. Jonas, schick mal ein Bild von deinem gelben, bitte. Ja, dabei. Auch wenn die Dose... Bei. Ich fahr jetzt zurück und baue die Domstrebe ein. Ich fahr jetzt zurück und baue die Domstrebe ein.